Fahrverbote für Elektroautos plant die Schweiz für den Fall, dass es in der Stromversorgung zu Engpässen kommt. Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie, so heißt der Titel der Stromsparpläne, die die Schweizerische Eidgenossenschaft entworfen hat. Es sind radikale Stromsparmaßnahmen aufgelistet, die in vier Stufen gezündet werden sollen. In der niedrigsten sogenannten Eskalationsstufe 1 dürfen Waschmaschinen in privaten Haushalten nur noch mit einer Wassertemperatur von maximal 40 Grad betrieben werden. Wenn Elektroheizungen und Wärmepumpen öffentlich zugängliche Räume beheizen, dürfen diese nur noch auf höchstens 20 Grad aufgeheizt werden. Private und gewerblich genutzte Kühlschränke dürfen nicht unter 6 Grad gekühlt werden. Außerhalb der Kochzeit muss auch die Lüftung in der Küche ganz abgeschaltet werden. In der Eskalationsstufe 2 darf warmes Wasser höchstens auf 60 Grad erwärmt werden, wenn mit Strom geheizt wird. Streamingdienste müssen die Auflösung ihrer Filme auf SD beschränken. Hochaufgelöste HD-Fassungen sind verboten. In der dritten Eskalationsstufe müssen dann Ladenöffnungszeiten um ein bis zwei Stunden pro Tag reduziert werden. Die Temperatur in Räumen muss auf 18 Grad abgesenkt werden und die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet. Im Eskalationsschritt 4 wird dann die Herstellung von Kunstschnee mit Beschneiungsanlagen auf den Skipisten verboten, ebenso wie der Betrieb von Wärme- oder Kälteerzeugungsmaschinen für Sportanlagen. Unter anderem mit diesen radikalen Maßnahmen will die Schweiz einen Blackout verhindern. Im Winter muss das Land erhebliche Mengen an Strom, bisher meist aus Frankreich und Deutschland, importieren. Doch beide Länder haben aber selbst keinen Strom mehr übrig. Die Schweiz hat ebenfalls den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und hat vor drei Jahren den ersten von insgesamt fünf Kernkraftwerksblöcken abgeschaltet. Die restlichen vier Atomkraftwerke dürfen weiterlaufen, solange sie noch als sicher gelten. Dies entscheidet eine Bundesbehörde. Knapp 60 Prozent des Stromes in der Schweiz wird durch Wasserkraftwerke erzeugt. Zusätzlich sollen dort auch Windräder und Photovoltaikanlagen künftig Strom liefern. Sogar in der historischen Landschaft auf dem Gotthardpass drehen sich mittlerweile Windräder. Deren Rotorblätter müssen beheizt werden, damit sich kein Eis bildet.